Das ist ganz, das ist ganz einfach. Oh, Wahnsinn! Hat jetzt zu Hause Flügel schon? Ja, genau. Okay? Ja, mach's dir noch bitte. Okay, perfekt. So geht's, wie ist es hier? Ach, da war der Blockraum. So geht's, ja, nicht so langsam, weil es sonst verbrennt. Du brauchst nicht so drauf. Du magst es nicht. Ich würde meine Hände büten.